Yo Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Zusammen mit Kolja bin ich hier im Grunewald. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute mal über ein Thema sprechen, was sicherlich für viele nicht so interessant ist, aber was man auf gar keinen Fall vernachlässigen sollte, und zwar Cardiotraining. Was ist sinnvoll und welche Funktionen hat Cardiotraining? Ich habe mir gedacht, bevor ich einfach mal von mir erzähle, frage ich einfach mal, wie es jemand anders macht, der den Sport auch schon sehr lange betreibt, und zwar den Kolja. Aktuell dreimal die Woche und ansonsten teilweise sogar ein bisschen mehr. Es fängt immer davon ab, was ich gerade machen will, worauf ich mich vorbereite und so. Nächstes Jahr will ich zum ersten Mal Marathonrennen, den richtigen. Halbmarathon habe ich schon jetzt mittlerweile dreimal gemacht. Und natürlich, wenn ich dann den Marathonrennen will, dann muss ich natürlich auch öfter als dreimal die Woche noch Cardio machen. Machst du dann eher so ein richtig ausdauerndes Cardiotraining über 30, 40, 50 Minuten, oder machst du eher so ein High-Intensity-Intervall? Jetzt aktuell, normalerweise, was den Kraftsport betrifft und so weiter, eher das Zweite. Also eher so High-Intensity, nach dem Training irgendwie nochmal 10, 15 Minuten Vollgas. Aber auch immer so, meistens je nach Lust auch, immer so ein bis zwei Mal pro Woche auch etwas längere Einheiten, die dann irgendwie so um fünf Kilometer gehen, manchmal so zehn Kilometer. Und da habe ich auch immer eine richtig gute Progression mit drin, nämlich mit einem Kinderwagen halt. Ja, Baby-Jogger. Ihr kennt ja so, dass in Amerika so, wo die immer diese Schlitten schieben, auch die Kraftsportler und Football und so weiter. Und das ist echt extrem anstrengend, weil wenn du so einen Kinderwagen den Berg hoch schiebst, du kannst deine Arme halt nicht benutzen beim Laufen. Und das ist also für mich auch eine sehr geile Progression, die ich im Cardiotraining mal mit einbauen kann. Was glaubst du, welchen Einfluss du das Cardiotraining auf deinen Körperfettgehalt hat? Also, dass du wirklich wenig Körperfett hast, dass du immer schön lean bist. Was glaubst du, welchen Einfluss Cardio hat? Na ja, also für den klassischen Bodybuilder ist ja Cardio quasi immer so die Lösung, wenn man ab und zu cheaten möchte. Und die, die halt sagen, sie hassen Cardio, sie machen gar kein Cardio, die müssen halt noch genauer die Kalorien tracken und so. Es ist schwer zu sagen. Also, es hat auf jeden Fall eine Funktion. Und jeder, der jetzt irgendwie körperfetttechnisch noch Probleme hat oder mehr runter will, der wird auch bestätigen, dass wenn er dann zusätzlich anfängt, noch mehr Cardio zu machen, ein bisschen was passiert. Aber es ist auch von jedem zu jedem anders. Ich kenne manche Leute, die machen gar kein Cardio und haben trotzdem den absolut krassesten Sixpack. Viel krasser als ich, der jetzt irgendwie viel öfter Cardio macht. Und also, ein wichtiger Punkt ist, dass Cardiotraining sehr viel mit Stress verbunden ist. Das heißt, es gibt so eine Kurve, ab wann quasi Cardio sehr gesund ist und Sinn macht, bis zu einer gewissen Grenze. Wenn du dann zu viel Cardio machst, geht der Stress für den Körper immer höher und das hat negative Auswirkungen. Cortisol, Level, so weiter. Alles Mögliche. Dein Immunsystem wird auf, also gerade so richtig intensiv laufende Marathonsportler, die haben ständig Probleme mit dem Immunsystem und so, sehr häufig. Und ja, aber wenn du halt durch Laufen oder Cardiotraining Stress abbaust, dann kannst du durch diesen Stressabbau auch besser schlafen und so weiter und du baust auch dadurch indirekt besser Fett ab. Ja, aber es hängt also immer so ein bisschen davon ab, stresst dich Cardio oder baust du dadurch Stress ab? Ja, wenn du dadurch Stress abbaust, dann hilft es dir auch beim Fett abbauen. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Für mich ist Cardio zum Beispiel auch eine richtig gute Sache, um einfach mal wieder einen Cheat auszubalancieren. Also wenn ich mir an einem Tag mehr Kalorien... Wobei du ja nicht so krass Cheatest eigentlich. Ja, es geht so. Das sind bei mir halt so diese einzelnen Dinge und sind bei mir eher so diese gesunden Sachen, die bei mir im Übermaß vorkommen. Also ich bin wirklich eine richtige Fressmaschine. Ich habe gar kein Problem damit, meine 3.500 Kilokalorien zu essen und alles unter 3.000 fällt mir wirklich extrem schwer. Und wenn ich zum Beispiel sage, jetzt aktuell bin ich in einer Phase, wo ich mit 3.000 Kilokalorien auskommen muss und dass mir das nicht immer gelingt, das ist natürlich klar. Wenn ich dann an einem Tag ein bisschen drüber bin, dann sage ich mir, okay, dann mache ich morgen ein Cardio-Programm und das mache ich dann übrigens auch wirklich. Das sage ich dann nicht nur und habe es am nächsten Tag vergessen, sondern das mache ich dann auch. Und so kann ich dann diesen Mehrverbrauch wieder erzeugen, sodass ich das betrachtet auf zwei Tage wieder ausbalanciert habe. Ja, das ist so mein Weg mit Cardio. Ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig. Je nach Körpertyp sage ich immer, man kann da jetzt nicht pauschal sagen, du musst so und so auf Cardio machen, aber wenn man das einfach ein- bis dreimal pro Woche sich vornimmt, jemand, der viel Fett hat, viel Fettdepots hat, aber eben noch nicht zu schwer ist, um wirklich joggen zu gehen, der sollte auf jeden Fall gucken, dass er dreimal in der Woche Cardio macht. Und jemand, der vielleicht von Natur aus eher sozusagen dieser ektomorphe Körpertyp ist, der sollte vielleicht das Ganze nicht übertreiben, um nicht diesen Mehrverbrauch noch in die Höhe zu treiben davon. Das ist so mein Weg, oder mein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, der sich überlegt, okay, welche Funktion hat Cardio-Training. Aber es ist einfach eine geile Sache, einfach mal eine andere Belastungszone zu erreichen, einfach mal wieder in Bereiche reinzugehen, die mit diesem klassischen 12 Wiederholungen oder 15 Wiederholungen Kraftsport nichts zu tun haben, sondern in eine andere Belastungszone reingehen. Wirkt sich auf jeden Fall super aus auf den Stoffwechsel und so weiter. Kann ich nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Alles klar, wir genießen noch das gute Waldwetter und sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Kolja und euer Simon. Ciao. Ciao. Ciao.